Hallo und willkommen bei HardwareRat. In diesem Video das Update des 1600 Euro Gaming Computers August 2014. Als Prozessor der Intel Core i7 4790K mit 4x4,0 GHz. Er hat einen TurboTakt von 4,4 GHz, 88 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit. Er hat einen freien Multiplikator, das bedeutet man kann ihn frei übertakten. Und Hyperthreading, das heißt jeder Kern hat zwei Threads, also ein theoretischer Achtkerner. Es ist einer der besten Prozessoren zum Zocken derzeit und sollte für Gamer die nächsten 3-5 Jahre dicke ausreichen. Wenn er zu schwach wird, kann man ihn ja übertakten. Dann als CPU-Kühler der BeQuiet Darkwark Pro 3. Es ist ein sehr großer und starker CPU-Kühler und mit ihm ist leises Betreiben und Übertakten möglich. Als Main war das Asus Maximus 7 Ranger mit dem Intel Z97 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR3 RAM-Bänke, Pisa Express 3.0, M2, ein 7.1 Soundchip und am IO-Panel einmal PS2, zweimal USB 2, VGA-DV und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, viermal USB 3, eine LAN-Buchse und sechs 3,5mm Klinken sowie ein Tostling für den Soundchip. Und als Arbeitsspeicher 16 GB Crucial Ballistic Sport, DDR3-1600 und CL19 recht flott. Es ist ein Dual-Kit, was man kann in dem Dual-Channel-Modus betreiben und mit 16 GB hat man erstmal für die nächsten paar Jahre genug. Dann als SSD die 512 GB Crucial MX100. Es ist eine schnelle SSD und 512 GB sollte für das meiste ausreichen. Als Festplatte die 1 TB Seagate Desktop-HDD. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1 TB sollen für die meisten unter euch dicke ausreichen. Als Grafikkarte die 3 GB EVGA GeForce GTX 87 Ti Superglocked. Sie wurde stark übertaktet und ist eine der schnellsten auf dem Markt erhältlichen Single-GPU-Grafikkarten. Mit ihr soll man also alle derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Außerdem gibt es von Nvidia noch Borderlands 3 Sequel gratis dazu. Als Netzteil das 480 Watt Be Quite Straight Power E9. Es hat 80 plus Gold, was heißt der PC ist sehr energiesparend. Es hat Kabelmanagement, was heißt man kann die Kabel abnehmen, die man nicht mehr braucht. Und 480 Watt sind für den PC mehr als genug. Dann noch ein DVD-Brenner von Asus. Und als Gehäuse das Fractal Define A4 gedämmt. Es ist ein sehr elegantes Gehäuse mit viel Platz innen drin. Außerdem ist es gedämmt, was bedeutet der PC wird noch ein kleines bisschen leiser. Aber natürlich könnt ihr selbst entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls das Video ein paar Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.